Es wird darum gehen, um Bewusstsein, um Einstellung, um Werte, um Motive, die ihr habt. Und das möchte ich euch zurufen. Wenn ihr mit Menschen sprecht, im Privaten, aber vor allem auch im Beruflichen, die Menschen abzuholen, aktiv zuzuhören. Und daraus entstand diese Übung. Und wie ist denn das dann manchmal in Unternehmen? Denn Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Wenn heute zu mir jemand sagt, Menschen können sich nicht ändern. Menschen können sich ändern. Das ist dein Mindset. Jetzt, wo es dir gut geht, musst du etwas ändern. Jetzt, wo es dir gut geht. Seht mal das, was ihr eigentlich verkauft, als eine Brücke in ein Lebensgefühl, für das ihr wirklich steht. Und wo eure Kunden sagen, das will ich auch. Ohne EMS-Training ist Körperverletzung. Und das fände ich geil, wenn wir das bei Bodystreet lieben.